Das Ziel hinter Motion ist nicht ein Smartphone zu entwickeln, sondern das Smartphone. Nach einer Entwicklungszeit von mehreren Jahren können wir von uns selber behaupten, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Schon beim ersten in die Hand nehmen soll einem die Wertigkeit des Motion Phonics auffallen. Daher haben wir bei den Materialien auf Glas und Aluminium gesetzt. Das Glas ist nicht irgendein Glas, nein, wir haben uns für Saphirglas entschieden. Es ist das bisher zweithärteste bekannte Material auf der Welt. Dadurch ist es im Alltag nahezu unmöglich, Kratzer in das Gerät zu bekommen. Die Vorder- und Rückseite besitzt abgeschliffene Kanten, wodurch die Ergonomie auf ein bisher unerreichtes Level gehoben wurde. Für viele Leute ist die verbaute Kamera ein ausschlaggebender Punkt für den Kauf eines neuen Smartphones. Mittlerweile können Smartphones oder mit Kompaktkameras im Urlaub mithalten. Das Motion Phonics bringt eure Fotos aber auf ein ganz neues Level. Denn mit der 16 Megapixel Hauptkamera bewirrt aus jedem Moment ein Ereignis fürs Leben. Außerdem besitzt es eine f1.4 Blende, somit könnt ihr auch bei Nacht super scharfe Fotos schießen. Das Motion Phonics ist das erste Smartphone, welches eine Kamera mit einem optischen Zoom besitzt. Darauf sind wir sehr stolz. Der dreifach optische Zoom ermöglicht es euch, dass ihr auch unterwegs eure Fotos so kreativ wie noch nie zuvor gestaltet. Fotos mit der Selfie-Kamera werden in ultrascharfen 8 Megapixeln aufgenommen, wodurch jeder Moment mit Freunden und mit der Familie zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Fotos und Videos auf dem Motion Phonics anschauen ist großartig. Das Display ist sehr farbenfroh und verbessert somit das Benutzererlebnis erheblich. Wir von Motion sind uns einig, es reicht nicht ein Smartphone in nur einer Größe zu entwickeln. Daher haben wir uns dazu entschlossen, gleich drei Smartphones in drei verschiedene Größen zu bauen. Damit sind wir der einzige Hersteller auf dem Markt, der seinen Käufern so eine große Auswahl bietet. Wir haben uns hier die Größen ausprobiert und sind der Meinung, dass wir mit 4, 5 und 5,9 Zoll genau die richtigen Größen gefunden haben. Das Motion Phonics mit dem 4 Zoll großen Display hat eine Auflösung von 1080p, was der eines herkömmlichen Computers und Fernsehers entspricht. Für die Leute, die unterwegs dann noch produktiver sein wollen, für die haben wir das Motion Phon mit einem 5 Zoll großen Display und einer Auflösung von 1440p, was bei dieser Displaygröße noch ziemlich scharf ist. Wer es noch größer und noch schärfer haben möchte, der kann von dem 5,9 Zoll großen Motion Phonics auch unterwegs das beste Benutzererlebnis erwarten. Egal ob Film, Foto oder Gaming, das 4K Display bietet mit mehr als 746 Pixeln pro Zoll das bisher schärfste Display in dieser Größe. Ganz großes Kino bietet auch der eingebaute Beamer Motion Phonics mit 5,9 Zoll. Es war nicht leicht, so viel Technik in einem so kleinen Raum unterzubringen. Doch wir haben es geschafft und darauf sind wir sehr stolz. Mit dem Motion Phonics hat nun jeder die Möglichkeit, sein persönliches Full HD Kino mit dabei zu haben. Egal ob Gaming oder Präsentationen halten, alles geht mit diesem Beamer. Bei der Software setzen wir auf das auf Android basierende Betriebssystem Cyanogen OS. Dieses OS bietet dem Nutzer die Möglichkeit, das System komplett nach seinen eigenen Bedürfnissen anpassen zu können. Das ist uns persönlich sehr wichtig, da der Nutzer aus seinem Smartphone wirklich das machen können soll, was er will. Als zusätzliches Feature haben wir noch Multi-Window eingebaut, was für der enorm leistungsfähigen Hardware und der guten Integration der Software zu verdanken haben. Nun ist es kein Problem mehr, auch unterwegs zwei Apps parallel nutzen zu können und somit auch noch produktiver zu sein, als es ohnehin schon mit dem Motion Phonics möglich ist. Damit die Anpassbarkeit und Auswahl stetig erweitert wird, haben wir uns überlegt, dass die Community einmal im Monat die Möglichkeit bekommt, eine Rahmenfarbe aus drei auszuwählen, welche dann in das Sortiment aufgenommen wird. Um den Prozess der Gestaltung eines persönlichen Motion Phones so einfach wie nur möglich zu halten, haben wir den Customizer auf das Nötigste reduziert. Mit nur drei Klicks habt ihr die Möglichkeit, euer perfektes und persönliches eigenes Motion Phon zu gestalten. Wir sind stolz, dass wir es geschafft haben, die User Experience von der Bestellung bis hin zur Benutzung auf ein bisher unerreichtes und neu definiertes Level zu erheben. Wir sind Motion. Be in Motion. Stay in Motion. Be 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 in Motion. Be